Wir haben heute gehört von den großen Pflegekorrifäen aus dem deutschsprachigen Raum, Pflege muss aufstehen, Pflege braucht einen Stolz und Pflege muss mit erhobenen Haupen sich präsentieren und stolz darauf sein, dass wir einen so coolen und professionellen Beruf erlernt haben, der wissenschaftlich evidenzbasiert ist, der human ist und der sich wirklich um die Gesellschaft kümmert und das müssen wir auch nach außen zeigen und auch fühlen. Bei dem Kongress in der Pflege kann man sich sehr viel mitnehmen, allein diese Vorträge jetzt am Vormittag von den Experten haben unterschiedliche Inputs gesetzt, wo man sich wirklich teilweise ein bisschen wachgerüttelt fühlt, teilweise sich bestärkt fühlt in den aktuellen Strategien, die wir auch in Niederösterreich umsetzen. Wir haben es heute Morgen auch gehört, wir brauchen mehr Stolz in der Pflege, wir sind ein wichtiger Beruf, eine wichtige Säule in der Gesundheitsversorgung und darauf können wir stolz sein und das müssen wir auch kommunizieren.